Yo Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video, mein Kanal. Heute zeige ich euch das Ende der Bismarck Reihe. Wir kriegen die Bismarck nicht auf, also komplett. Es würden noch insgesamt 1260 Steine fehlen. Ähm, und wir haben dann eben halt gesagt, nee, wir bauen jetzt ein anderes Schiff lieber, ein moderneres, einer von der Deutschen, nochmal an. Und so, wie ihr jetzt auch sehen könnt, baue ich langsam hier ab. Und ich bin jetzt ungezogen, nicht weit von mir entfernt, aber, naja, mein Zimmer sieht jetzt so aus. Ich habe sogar eine schöne Aussicht hier. Also, eine schöne, schöne Aussicht und hier habe ich schon alles. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, also, ja, ich habe eine kleine Nervensäge bei mir auch, manchmal. Aber, naja, hier steht meine Box mit meinem Radio und so. Ich muss hier noch alles einräumen, hier steht noch was. Äh, da, da meine ich, äh, die muss, das muss noch aufgehaben werden. Dann kommt da noch rüber ein Brett. Ich kriege noch ein neues Bett. Und, was weiß ich, kriege noch ein riesen Tattoo-Poster für meine Wand. Von World of Tank oder World of Warship. Schiff. Ähm. Oder sogar von COD. Was ich auch bald mache, sind wieder Zockervideos und so ein Blödsinn. Weil, das kam schon manchmal gut an, aber nicht immer. Naja, muss ich manchmal abgucken, was ich manchmal drauf auf meinen Kanal bringen soll. Aber im Moment erstmal nur Lego. So, ähm. Ja, viel zu dazu gibt es nicht. Außer, dass ich das Ding jetzt abbaue nach und nach. Und, dass ich über die Dreadsommitrucks erstmal noch ein Video mache. Und, naja, dass ich auch über den noch ein Video mache. Über den Panzer habe ich ja schon. Haha. Über den Panzer habe ich auch schon ein paar gemacht. Aber nicht alle. Dann habe ich hier noch kein Video drüber gemacht. Darüber noch nicht. Also, es gibt noch ein paar weiße Sets, die ich noch vorstellen muss. Aber, mir fehlt die Zeit dazu. Ja, ich muss jetzt auch langsam abbauen, weiter und so. Und, dann hat sich jetzt eigentlich die ganze Mühe umsonst gemacht. Na gut. Ähm. Was ich auch noch vorstellen werde, sind diese Tarnjacken. Dass ich jetzt ein Dschungel-Tarn kam. Und ich habe noch eine Feld... Feldjacke. Ähm. Aber nicht von der Bundeswehr, sondern von... Sag schnell, ähm... Tarnjacken gekauft. War auch eigentlich ganz cool, aber... So, jetzt hinsetzen. So. Das arme Schiff muss jetzt wieder dran leiden. Und, ja. So. Yeah, aber auch noch. Ja, aber...